In diesem Video zeige ich einen ganz einfachen Trick, wie Sie das Data Caching in Windows deaktivieren können und eventuell im Netzwerk etwas Performance herausschlagen können. Dazu möchte ich ganz kurz SMB2 und Windows 7, 8, wie auch immer. Das heißt, wenn Sie das mal bei Google eingeben, finden Sie diverse Informationen über das SMB2-Protokoll, das für das Cachen von Daten im Netzwerkbetrieb zuständig und verantwortlich ist. Ein sehr schöner Artikel findet man hier auf der Microsoft Knowledge Base, wo auch diverse Links stehen, wo man es eben nachlesen kann. Ich möchte das hier etwas komprimiert Ihnen näher bringen, und zwar SMB2, SMB1 und SMB3-Protokolle, je nach Betriebssystem wohlgemerkt, sind für Netzwerkkommunikation, Data Caching usw. zuständig. Was uns hauptsächlich interessiert, ist das SMB2-Protokoll. Und wir brauchen jetzt unseren Registrierungs-Editor. Ich sage REC-Edit, lassen wir den ausführen. Und wir sind jetzt nun im Registrierungs-Editor. Also das heißt, geben Sie in Ihre Kommandozeile, wenn Sie Windows 7 oder früher verwenden, REC-Edit ein, R-E-G-E-D-D-E-D-I-T ein. Also für Edit, REC-Edit. Oder Windows 8, Windows-Taste REC-Edit, Enter, fertig. Okay. Und was brauchen wir hier? Wir brauchen einen sogenannten SMB2-Eintrag. Den müssen wir deaktivieren, weil der standardmäßig aktiviert ist. Okay. Wie kommen wir da hin? Relativ leicht. Wenn Sie Ihren Registrierungs-Editor offen haben, müssen Sie auf den H-Key-Local-Maschine, dann auf System, dann Current Control Set, dann Services. Dann müssen Sie eine Zeit lang nach unten scrollen, bis der LAN-Man-Server kommt. Dort gibt es einen Eintrag Parameters. Und unter Parameters legen Sie den Eintrag SMB2 an. Machen Sie wie folgt. Rechtsklick, Neu, D-Word. Und jetzt geben Sie SMB, also ich 2 ein. Ich gebe jetzt 3 ein, weil 2 ist ja schon da. Ich sage SMB2, wohlgemerkt. Drücke Enter und der Eintrag ist da. Standardmäßig steht der auf 0. 0, wenn Sie ihn von der Hand neu einlegen. 0 bedeutet deaktiviert, 1 bedeutet aktiviert. Und wir wollen ja, dass er deaktiviert ist. Sie können aber auch jederzeit den Eintrag, indem Sie sagen Rechtsklick ändern, sagen, okay, er soll aktiviert sein. Dann geben, dann können Sie es so aktivieren. Aber Sie aktivieren Ihr SMB2-Protokoll bitte nicht, weil es standardmäßig ja schon aktiviert ist. So, und dieser SMB3 war jetzt nur ein Beispiel, wie Sie den Eintrag anlegen. Danach, und das sollten Sie bitte auf allen Rechnern im Netzwerk tun, danach starten Sie Ihre Rechner neu und versuchen erneut, oder machen Ihre Tests erneut im Netzwerk, um festzustellen, ob das Anlegen dieses oder das Deaktivieren dieses Caching-Moduls von Windows Performance-Geschwindigkeit oder Performance Plus gebracht hat.